Hey und willkommen zum dritten Part von Hello Neighbor. Wenn ihr die ersten beiden Parts noch nicht gesehen haben solltet, schaut in die Beschreibung, bewertet den Part und viel Spaß. Ah, ein schöner Tag. Ganz früh am Morgen fährt Manuel mit seinem Auto nach Hause. Ach Alter, was geht denn da ab? So, erst mal gepackt. Oh, das war's auch schon. Alter, wie sich das immer verändert. E. Ja, also ich würde euch empfehlen, Part 1 und Part 2 zu gucken, weil hier scheinbar immer neue Spielball rauskommen. Das ist richtig abgefuckt. Get inside. Ach, wieder das Tutorial. Okay, hier machen wir das. Hallo? Oh, okay. Direkt. Ach da. Oh. Oh Gott. Ach nee. Ach man. Halten und dann werfen. Was? Loslassen. Oh. Ach so, der hat einfach... Hat der gerade echt den Schlüssel abgezogen? Alter. Könnte ich das irgendwie... Oh, das kann ich wieder mitnehmen. Sehr gut. Und ich hab den Schlüssel. Zack. Und... Rein da. Das ist doch nicht meine Bude, oder? Ach so. Ah. Okay, nehmen wir das mit. So, jetzt lau wieder hin, Alter. Mach die Scheiße kaputt. Ach, dadurch wird einem nochmal erklärt, wie man verschiedene Items benutzt. Ach so. Ich mein, das war schon sehr intuitiv und eigentlich wäre das nicht nötig, aber es ist ganz nett. Oh nein, ich werd bestimmt erschrocken. Bitte tu es nicht. Okay. Er schläft. Hä? Was soll... Was soll das denn? Ich bin nicht wirklich eingesperrt, oder? Hat der mich jetzt mitgenommen? Da war eine Karte. Und seine leckere Milch. Exit. Und dafür braucht man die Karte. Ach so, okay. Also wenn ich da reingehe, sollte ich auf jeden Fall die Karte mitnehmen. Das ist schon mal so der erste Eindruck, den ich gemacht habe. Was tut er denn? Was hat ihn denn gerade umgeworfen? Och nee. Das hat sich einfach wieder komplett geändert. Hold shift to run. Okay. Habe ich noch Items? Hallo? Was war das? Oh, sehr cool. Gibt es denn noch was? Was ist denn da los? Ach du Scheiße. Das ganze Haus sieht anders aus. Schon wieder. Leute, das ist so krass. Guckt euch Part 1 und Part 2 an. Das ist einfach alles anders. Oh, Scheiße. Oh. Oh, 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 oh. Geil, geil, geil. Ja, was soll ich denn jetzt? Oh, Schleiterin verstecken. Okay. Ach du Scheiße. Ich habe ein Rasenmäher. Kann ich jetzt hier raus? Hey, das ist... Oh nein. Oh nein. Was soll ich? Nimm das. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war... Etwas blöd. Ich nehme das mal mit. Hallo. Dann nehme ich nochmal hier so eine Vase mit oder einen Schuh oder so. Bitte. Danke. Okay. Was soll das denn immer? Jetzt... Oh Gott. Er hat mich? Was sollte das denn? Er hat zugemacht. Alles klar. Weißt du was? Hier. Was macht... Ich bin drin. Was tut er denn? Nein. Was war das denn? Wie ich da einfach reinspringen konnte. Ist da jetzt was vor? Nee. Hallo? Merkt er das? Ist ja doof. Hallo. Kann ich da... Bitte rein. Oh Gott. Was... Was soll er? Erwarte mich denn jetzt hier. Die ganze Wohnung ist komplett verändert. Oh nein. Oh Gott. Mann, hör doch auf. Ein Radio. Die sind immer gut. Zwölf. Okay. Vielleicht irgendwie ein Code. Komm, was ist das? Wir machen mal so. Könnte mir scha... Scheiße. Scheiße. Wow. Oh Gott. Der ist aber ins Fenster reingesprungen. Als ob. Ach nein. Manuel, etwas angespannt. Und... Oh nein. Nein, 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 nein. Da kann ich nicht rein. Scheiße. Der ist erheblich schneller als ich. Fuck. Ja, Mist. Gut. Also das klappt ja wunderbar. Machen wir mal so. Oh nein. War er das gerade? Oh nein, oh nein. Er ist da. Er ist da. Hat er mich gesehen? Nee, oder? Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Hallo. Hilfe. Gott, was soll das denn da open? Ach, das aktiviert das da? Aber was ist das? Irgendeine Art Pumpe? Oh nein. Wo... Was soll das? Woher kommst du denn jetzt? Nein, 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 nein. Ich komm da nicht. Ich komm einfach nicht über den Zaun. Das ist doch nicht wahr. Was hat er denn da gerade getan? Oh, Mann. Shit. Ich shell mal. Oh, scheiße. Nein. Hat er gerade gespült? Kommt er denn jetzt? Hallo? Oh Gott. Oh Gott, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Es wird krasser. Es wird krasser. Und ich glaube, ich bin tot. Oder? Nein. Selbst so kann man es aufhalten. Oder was? Als ob. Das ist ja geil. Okay. Bitte nicht erschrecken. Hallo. Oh. Okay. Ja. Bist du draußen? Hallo, geh doch. Oh nein. Ich kann da nur durchgucken. Nein, nein, nein. Schneller rein. Schneller rein. Einfach nur mal kurz umgucken. Es war sogar kurz schwarz. Das heißt, er war in der Nähe. Was ist das? Was soll das für ein Piepen? Kann ich jetzt hier raus? Ich habe keine Ahnung. Ach, du Heiliger. Da komme ich auch nicht durch. Was? Oh, ein Besen. Cool. Was ist da drin? Ist das... Okay. Oh nein. Oh nein. Er weiß einfach Bescheid. Er weiß es. Komm. Schnell. Hier raus. Oh Gott. Geh doch. Ja, ja, ja. Okay. Alter. Was sind das für komische Geräusche? Junge. Oh nein, 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 nein. Geh weg. Er geht einfach wieder weg. Hä? Es ist so absurd. Wie anders jetzt diese Bude ist. Gibt es denn irgendwelche geilen Items? Oder bräuchte ich dafür ein Schloss? Hallo, bitte. Hallo, bitte da. Bitte einmal rein. Oh Gott. Warte mal. Ich mache es so. Da reinwerfen. Denn hier verstecken. Oh, das geht gar nicht. Geh doch da rein. Oh Gott. Jetzt müsste ich ihn da rechts vorbeilaufen sehen, oder? Ich höre die Tür. Alles klar. Jetzt geht er da lang. Er hat das Radio befunden. Okay. Ganz schnell, ganz schnell. Jetzt gehe ich hier rein. Oh shit. Wie viel Zeit habe ich jetzt? Ja, das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung. Da kann ich rein. Hier kann ich jetzt rein. Ja. Ich höre die Uhr. Hier ist gar nichts. Ja. Die Tür ist zu. Da kann ich rein. Die Tür kann ich auch zu machen. Nice. Okay. Ich bin auf jeden Fall schon mal weitergekommen. Da ist noch ein Wecker. Und eine doofe Badewanne. Ohne Bärenfalle. Darf ich die jetzt auch mal selber benutzen, oder? Geht das nicht? Oh. Sleeping Pils. Ja, ich kann bestimmt sein Trinken oder Essen damit vergiften. Geht das? Die ist doch nicht gespannt. Geht das überhaupt? Hallo? Ja, scheiße. Nee. Ich kann damit nichts machen. Die ist komplett nutzlos. Kurz mal da reingucken. Oder auch einmal kurz da was mit kaputt machen und ihn damit auf mich aufmerksam machen. Schnell da rein. Kommt der jetzt? War das laut genug? Hallo? Das stört dich nicht? Echt jetzt? So, wie viel Zeit habe ich denn bitte? Das ist ja unfassbar. Da ist auf jeden Fall noch ein Wecker. Alter, das ist Wasser, ne? Bitte mach es aus. Oh, es geht nicht. Hier ist einfach gar nichts. Oh. Warte. Ich hab was, ich hab was. Nice, ich hab einfach Dietrich. Okay. Wo gab es Türen? Also, da wo ich... Ich kann jetzt rausgehen. Ja, ich kann jetzt rausgehen und von da aus mal probieren, irgendwie was zu reißen. Ich frag mich nur gerade, ob er da noch wartet. Das weiß ich halt jetzt gar nicht. Scheiße, ich komm da nicht durch. Shit. Warte mal. Schnell. So mal... Ach, komm. Geht doch. So, hebt schnell auf. Komm. Äh, ne. Nimmts einfach nicht. So, bitte nicht von der Seite. Bitte von der anderen. Wenn du schon guckst, dann nicht von der Seite hier. Oh nein. Hallo? Oh Gott. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich hab mich... Ich bin einfach dagegen gelaufen. Ich bin doch so ein Trottel. Aber ich hab das Item noch. Hä? Warum hab ich das denn noch? Aber ist eigentlich egal. Jetzt kann ich hier reingehen. Mir irgendwas schnappen. Ihn damit bewerfen. Und mich dann freuen. Oh, oh shit. Nein. Ich hab dich doch beworfen. Warte. Scheiße, Mann. Ich... Mann. Was soll das? Der kleine Willi. Hallo? Alles gut? Ich höre ihn. Da ist das doofe Radio. Er läuft immer zu dem Radio. Das macht er jedes Mal, oder was? Was? Er kommt einfach rein. Alles klar. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay. Schnell da rein. Ich wollte eigentlich da rein. Danke. So, ich will nur das Radio mitnehmen. Hallo? Ja. Ich hab's. Ich hab's einfach. Ich bin grad in Sicherheit. Das ist die Bärenfalle. Was macht denn die Bärenfalle da? So, komm. Geh da hin. Und jetzt nerv mich nicht. Was? Das ist... Nur einmal benutzbar. Okay. Okay. Schön. Da ist nichts drin. Das ist die Gießkanne. Da ist noch so ein Teil. Das ist gut. Und jetzt... Ey, die E-Taste funktioniert so scheiße. Das ist unfassbar. Und das war's jetzt? Sonst gibt es hier gar nichts. Oh, ich kann in die nächste Etage gucken. Nice. Okay. 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 Ich geh einfach raus. Komm. Scheiße. Es geht nicht. Nein. Nein. Nicht meine Taschenlampe. Hilfe. Ich lebe. Als ob ich das überlebt hätte. Okay. Ich hab jetzt noch ein Draht. Und noch einer. Ja, das heißt, ich muss da rüber. Die ist jetzt aber einfach da drüben. Ich kann da jetzt rein. Aber ich hab keine Karte. Ich weiß noch nicht, wo die ist. Mach nicht auf, du Rudi. Oh. Okay. Sorry. War nicht so geplant. Jedes Mal. Okay. Er macht ein bisschen Sport. Er macht ein bisschen viel Sport. Oh, scheiße. Oh, shit. Er ist durchgegangen. Okay. Okay. Ganz schnell. Ganz schnell. Alles okay. Kann ich da rein? Nee, geht nicht. Ich brauch die Keycard. Wo ist die Keycard? Nehmen wir das mal? So. Wo zur Hölle war das denn? Ich hab leider keinen Orientierungssinn und ich weiß es auch einfach nicht mehr. Oh nein. Oh nein. Tschüss, ich bin... Er wurde geblendet. Was ist denn mit ihm passiert? Hä? Ich hab den irgendwie... Keine Ahnung. Abgelenkt oder so. Er hatte kurz Schmerzen. Ich weiß nicht warum. Ich kann euch mal zeigen, was ich mir jetzt gerade kurz angeguckt habe. Und ich begreife nicht, wo das sein soll. Es gab, glaube ich, einen Raum, oder eher zwei, wo ich Nägel von den Wänden entfernt habe. Und der erste Raum dieser Art war doch der, wo ich wieder hier sowas gefunden habe, oder nicht? Das ist echt. Also ich muss irgendeinen Raum übersehen haben. Und was macht der jetzt da draußen? Lol. Vielleicht ist das der Raum? Nee, das macht keinen Sinn. Aber da ist was. Hey, warte mal. Ist das etwa der nächste Schritt? Eine Shotgun! Eine Shotgun! Sieht aus wie eine Spielzeugwaffe. Okay, ein Schraubenschlüssel. What the fuck? Was mache ich denn jetzt mit der Waffe? Den kann ich doch niemals abballern, oder? Das Minispiel vielleicht? Vom zweiten Part? Was ist hier? Wie kommt man da rein? Da ist doch irgendwas. Ach! Warte mal! Ach so! Hey! Lol! Nice! Rätsel gelöst! Ja, cool! Jetzt sind wir hier oben, Alter! Da komme ich nicht rein. Oder? Nee, man kann nur reingucken. Okay. Da ist auch nichts. Glaube ich. Nö. Ja, aber was bringt mir das jetzt? Komme ich jetzt hier irgendwo auf den Balkon? Nee, das ist die normale Terrasse. Oh nein, er weiß, dass ich hier bin, oder? Da kann ich rein. Ich will aber erst mal wissen, ob er das gerade gerochen hat. Was war... Er kommt hier hoch. Ich wette, er kommt hier hoch. Nehmen wir die Fernbedienung. Genau. Oh, damit kann man Sachen kaputt machen. Okay. Das sieht mir... ...nicht nach dem Ort aus, wo... Ach du Scheiße. Oh nein! Sei doch still! Was ist denn da jetzt runtergefallen? Ach nein! Dieser Scheißvogel! Ich kann den nicht umbringen. Aber das hat scheinbar endlose Munition. Okay, okay. Ich gehe aber dran vorbei. Noll, als ob. Ach so. Das ist einfach nur ein Loch. Schade. Okay. Der Typ macht immer weiter und weiter. Das ist immer noch nicht der Raum, den ich gesucht habe. Der Vogel hört einfach nicht auf. Da ist aber wieder was. Er kommt auch einfach nicht hoch. Ich verstehe das gar nicht. So. Nice! Und da ist der Raum, den ich gesucht habe. Ich habe die Keycard. Perfekt. Oh. Das Alphabet. A wie der Apfel. B wie die Biene. C wie das Auto. Ja, ja. Genau so. Ist natürlich auf Deutsch. Ja, ja. Warte mal. Jetzt, wo ich das habe, da kann ich mich nur drin verstecken. Da gibt es auch nichts mehr. Kann ich eigentlich hier... durch. Ja. Ich weiß nur nicht, ob der hier zu leicht kommt. Warte, ich kann auch mal von... Eben, wo lande ich denn, wenn ich da jetzt durchgehe? Mann, halt doch dein Mull! Hä? Was ist das denn? Ist das eine... geheime Wand? What the fuck? Hä? Und ein Teddybär. Wow. Ach, der Typ könnte gar nicht hoch, selbst wenn er wollen würde. Außer der hat irgendeinen Geheingang, den ich nicht kenne. So, was mache ich jetzt? Ich muss genau in den Hauptraum wieder. Das ist nicht so einfach. Ja, vor allem, wenn ich einfach direkt in seine Fresse laufe. Ach, nee. Komm, 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 komm. Renn, renn, renn. Und... Ich hab's. Okay. Er ist im Nebenraum. Oh mein Gott. Bleib da bitte kurz. Bitte nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Und er hat's gehört. Alles klar. Ich kann rein. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich glaube aber, er ist hinter mir. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh nein, was ist das denn? What the fuck? Was war das denn für ein Raum? Ach, Mann. Vor allem, wie schnell ich da jetzt durchgerannt bin, weil ich dachte, der ist hinter mir, aber da scheinen echt nur Lichter gewesen zu sein. What the fuck? Hä? Hat er mich jetzt noch bekommen? Hä? Das passiert, wenn ich was drücke. Ich bin doch im Spiel. Oder? Ja. Ich bewege mich gerade. Ja gut. Okay. Dann guckt euch auf jeden Fall noch die anderen Videos an, die ich diese Woche hochgeladen habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Immer bewerten. Tschüss.